Philosophia de Natura. Liebe Zuschauer, diese Firma, dieses Produktlabel müssen Sie sich einprägen. Hier geht es wirklich darum, dass Sie Leckereien bekommen, aber auf super, natürlich und gesundem Level. Das heißt, hier haben Sie keine künstlichen Aromen, keine Geschmacksverstärker, keine Farbverstärker, keine E6, 3, 4, 5, 6, 7, was Sie bei allen Lebensmitteln, vor allen Dingen auf diesem Sektor, bei Fruchtgummis zum Beispiel, auch besonders stark haben. Da wird ja meistens nur mit Farbstoffen gearbeitet. Die Firma Philosophia de Natura hat sich das auf ihre Fahne geschrieben. Hier werden nur natürlichste Zutaten verwendet. Hier wird nur vom reinsten und feinsten verarbeitet und ohne jegliche Zusätze von irgendwelchen Farb- oder Aromastoffen. Sie haben vielleicht unsere Marmeladen- oder Gem-Serie gesehen, die Konfitüren. Da konnte man schon an den Farben erkennen, dass es etwas völlig anderes ist. Und wer die einmal probiert hat, wird nie wieder etwas anderes bestellen, kaufen oder auch morgens essen. Was natürlich auch hier besonders wichtig ist, wir sind hier light, also kalorienarm, auch für alle die, die eben auf solche Sachen achten müssen, Diätungsmittel und ähnliches. Ja, und das hier ist aber auf natürlichem Sinne. Und was ich Ihnen jetzt einmal vorstellen möchte, sind zwei Serien von Philosophia de Natura, die es in sich haben. Wir haben hier einmal vier verschiedene Fruchtgummisorten. Da haben wir auch hier drauf geachtet, dass Sie natürlich nur das Beste bekommen und haben Ihnen hier mal ein kleines Potpourri zusammengestellt, was für Sie aus vier verschiedenen Segmenten, die für Sie auch interessant sind. Was hier besonders wichtig ist bei dem Ganzen, liebe Zuschauer, das ist immer vakuumverpackt, ohne Konservierungsstoffe und hat einfach durch normale Süßungsmittel eben die Möglichkeit, auch länger haltbar zu sein. Interessant ist für Sie vor allen Dingen auch die Konsistenz. Und wenn man sich das mal anschaut, liebe Zuschauer, das ist etwas, was man bei Fruchtgummis sonst ja nicht kennt, sondern Sie bekommen es ja irgendwie immer in irgendeine Form gepresst und dann muss das natürlich getrennt werden durch irgendwelche Trennungsmittel oder ähnlichen. Hier haben Sie wirklich reinen Fruchtgenuss und reinen Fruchtgeschmack. Deswegen auch hier besonders wichtig, wir haben vier verschiedene Ihnen zusammengestellt und wenn Sie mal schauen, wenn ich jetzt hier zum Beispiel mal bei den Fruchtgummis hergehe und schneide mal hier so ein Stückchen durch, dann kann man also auch wirklich sehen, das ist wie Butter, ja, das ist nicht wie das, was Sie sonst kennen, wo Sie hergehen müssen und müssen da eben einmal drauf rumkauen, zwei Stunden lang. Weil es ist einfach nur aus reiner Frucht zubereitet. Fruchtpüree und eben auch ohne irgendwelche Zusätze, Gelantine oder solche Sachen, die für Sie natürlich auch besonders interessant sind, weil es ist ja wirklich so, viele sind heutzutage auch vegan oder ähnliches und da haben wir hier eben auch bei diesen Produkten keine Probleme. Wir haben Ihnen heute vorzustellen einmal Apfel mit Zimt. Das ist eine ganz besonders leckere Serie aus diesem Fruchtgummi. Auch hier wieder eben kalorienarm, light, auch für Sie interessant und vor allen Dingen eben vom Geschmack her mal wieder etwas völlig Neues ohne Geschmacksverstärker. Hier spüren Sie wirklich die reine Frucht, als wenn man irgendwo in einen Apfel beißt zum Beispiel. Ja, das nächste, unsere Birnenserie, die Birne mit Vanille, kann ich Ihnen nur empfehlen. Ich bin ja sowieso so ein Birnen-Fan, ja, nur das ganze Jahr über ist es auch immer ein bisschen schwierig. Sie kennen das selber, da kauft man welche, die sind steinhart, dann lasse ich die zwei Wochen liegen, dann sind sie matschig, das ist auch immer so ein Problem. Also hier hat man richtig diesen Birnen-Geschmack, auch vom ganzen Gelee her, einmal einzigartig, auch wieder butterweich, zergeht auf der Zunge und man muss da nicht drauf rumkauen oder ähnliches. Es ist wirklich ein ganz, ganz besonderes Geschmackserlebnis. So etwas kann man auch mal schön mitnehmen und jemanden aus der Familie oder bekannten Verwandten mal als kleines Präsent mitbringen, mal etwas Ausgefallenes, was man nicht überall kaufen kann. Philosophia de Natura, liebe Zuschauer, ist eine Firma, die nur mit natürlichen Herstellungsprognosen arbeitet und Maschinen arbeitet, die eben wirklich dieses Althergebrachte auch wieder verarbeiten können. Das heißt, hier sind keine Zusätze drin, es ist wirklich reine Natur, etwas Gesundes dem Körper tun und das ist ja auch was für Kinder vielleicht, mal besonders interessant für Kindergeburtstage und ähnliches. Wir haben Apfel mit Himbeere auch noch, ist auch besonders lecker und für alle, die sich gar nicht entscheiden können, haben wir diesen Fruchtmix, der ist mit Banane, Apfel und Ananas und auch das, das riecht man. Wenn Sie das, schade, wir haben leider kein Geruchsfernsehen, aber wenn Sie das nur riechen könnten, das Aroma, das zergeht auf der Zunge, es ist sowas von lecker, probieren Sie es einmal aus, Sie werden nicht enttäuscht sein und Sie werden vor allen Dingen von diesem einzigartigen Geschmack erfreut sein, den man wirklich jahrelang vermisst hat, weil wir heutzutage alles nur mit irgendwelchen Zusätzen bekommen, konserviert, Zusätze, Geschmacksverstärker oder ähnliches und das hat die Firma eben sich auf die Fahne geschrieben. Philosophia, die Natura, das lassen sich auf der Zunge zergehen. Unser vierteiliges Set heute zu einem Probierpreis, gleich bestellen, gar nicht abwarten, das muss man einfach einmal genossen haben, Sie werden begeistert sein. Und ich sage immer, bei der Oma, wenn die Enkelkinder kommen, dann werden die nur noch danach fragen. Die kommen nicht nur wegen der Oma, die kommen aber auch wegen dem Fruchtgummi natürlich. So, wir haben noch eine tolle Serie für Sie, auch wie gesagt aus dem gleichen Hause. Unsere Philosophia de Natura hat uns hier sieben verschiedene, ja, einmal Light-Produkte einmal zur Verfügung gestellt, für Sie als Set zusammengestellt, dass man einmal querbeet alles auch einmal probieren kann. Und Sie sehen, die sind etwas quadratischer, sieht aus wie so ein bisschen platt gedrückt, man sieht das hier, ne, so wie so Fliesen, sage ich immer, während das andere ja aus dem Stück geschnitten wird, ist das zum Beispiel bei diesen Light-Fruchtgummis, sind die im Karton schon portioniert. Schauen Sie mal, ich mache das mal auf, hier haben wir einmal die Kirsche. Sehen Sie, die sind schon einzeln portioniert und da kann man dann, wie gesagt, auch hier sofort eben sehen, da hat man dann hier die einzelnen Blöcke natürlich auch wieder einmal zum Genuss. Die kann man auch teilen, man kann es eben auch für Süßspeisen und so weiter als Zugang nehmen. Es ist wirklich eine ganz, ganz fantastische Sache. Auch hier ist auf die biologische Herstellung natürlich geachtet, auch die Verpackung, hier ist nichts aus Kunststoff, das wird im Karton verpackt und kommt natürlich besonders frisch auch bei Ihnen an. Sie sehen schon an den Farben, dass wir da verschiedenste Varianten haben und das ist natürlich auch etwas Interessantes für den einen oder anderen und wir haben zum Beispiel hier natürlich auch die Zitrone. Und die Zitrone, Limone, liebe Zuschauer, das ist auch, das ist unsere Serie Zitrone, Limone, die auch besonders beliebt sind, also bei uns in der Firma jedenfalls im Augenblick. Wir haben es ja auch ganz neu, es ist ganz, ganz neu, ja, von Philosophia de Naturas. Erste Mal bei uns, ja, auch live im Fernsehen für Sie einmal zu bestellen. Ja, eine Geschmacksrichtung, die seinesgleichen sucht. Ein Lebensmittel, liebe Zuschauer, was gesund ist. Ja, wenig Kalorien, light, also auch bei der Ernährung für den einen oder anderen, der vielleicht gerade ein Abnehmprogramm macht. Ich mache das ja immer im Frühjahr, damit die Badehose wieder passt. Das kennen Sie auch. Und wie gesagt, da kann man auch da trotzdem Süßes genießen, ohne Reue. Und das ist vielleicht auch besonders interessant für Sie. Unsere Serie besteht aus sieben verschiedenen Geschmacksnormen und Sie können natürlich dieses Set genauso gut bestellen, wie das vierteilige mit dem Fruchtgummi-Extrakt auch hier nochmal einmal komplett angeboten. Also, gleich bestellen, unser vierteiliges Set einmal und einmal unser siebenteiliges Set jetzt im Sofortkauf möglich, solange der Vorrat reicht. Und wichtig, etwas Gesundes auch für Sie, für Ihre Kinder und zum Verschenken eine ganz, ganz besondere Idee.